ja dann würde ich meinen weg gelockt okay warum machst du so viel kipps ja wenn er macht der teil kaputt und er kann auf mich los ja ich mache diese tats voll kaputt warte ich mache die von uns auf türen kann man öffnen okay so viel dazu bekett hast du 17 hat sie nur kripp verteidigung oder weil es hier los hat sie sogar haben sie ja 17 woche mit dir das liegt ein bogen naja du hast eine kipp abwehr von 22 noch mal geht du aber jetzt sehen du kannst nicht eigentlich seit ihr von dem langen oder die werte von dem langen bogen sehen aber zeig dir mich an ich zeige mir nur die werte an von ihr okay gott wir müssen eigentlich nur hier anlocken dann schließe ich euch mal ich hätte schließlich mal kurz euch hier alle zu ärgern ich komme jetzt heraus nähe denke ich nicht so glaube ich nicht so und ich verpesele mich dann hier rein ich lasse ich mal schön auf mich zukommen und ich habe jetzt noch mal 10 von seinem buch und weil die allen g natürlich jetzt hier so programmiert ist es gibt es nicht hey warte mal was also elf weil ich naja todes voll leute na gut dann locken wir dich eben nicht an boah ja ihr kommt ihr kommt mal ruhig der wagt durch näher zu kommen nur die truhe da können dann aber ich mache das jetzt kaputt öffnet marv die tür erst wenn ich da jemand angreift oder so der wird ja wohl jetzt nicht erst mal eine seite leute daraus stürmen lassen es hat nur noch er am ende übrig ist ich kann es ja voll zu pop und farm mache ich jetzt auch ich stehe wir die geben wenn wir nicht mehr so viel erfahrung internet sechs punkte da haben wir uns neue truhe da ja die netze truhe deswegen haben sie auch so viele dinge hingepackt ne so hat man muss schneller hingehen bevor die tür aufmachen das kommt von mir wieder verstärkungs doch mal bitte sagt mir jetzt nicht die kommen wieder unendlich ne lasst hat hier nicht wieder kommen die zweite sein weißt du bist kroms vorfahre aber muss nicht muss nicht jetzt unbedingt mehr so dass wir bei exe silber exe das war für das irgendwie so der anspielung an an irgendein kapitel ne macht sinn die band liegen sind über das die feste rausgegangen oder irgendwie so hat keine ahnung genauso wird er jetzt hier so nachgespielt da geht so ganz freie rein aber das wird noch ja gleich es wird unschön glaube ich natürlich wieder alles davon ab ob die jetzt unendlich kommen oder nicht aber was ich erwarte euch in mein gemach der maria mir 12 ein ding glaube ich da war es das spiel so anrucke die feuer animation wird jetzt natürlich jetzt mit dem blöden maria nennen wir nun jetzt wieder alles kann da nicht einfach nur physische einheiten kommen ich wieder versuchen wir 50 leute auf einmal zu erlegen wie soll ich das schon wieder schaffen aber da war super nahe mich heran nein das sind zu viele da sind schon wieder zu viele leute selber als silber als folge man selber ganz gut es ist auf dem magier aber alle hier hat man kann ich ja voll einfach so einfach dann muss einfach nur jemanden hier empfangen für resistenz das glaube ich nicht habe gerade hat der heilung nein perfekt so kann ich dich einfach irgendjemanden hier empfangen gehen wir noch weiter zurück verschanzt mich jetzt einfach ich werde meine eigene basis hier einrichten ich kann nichts dagegen machen der schaden macht ihr also 46 sagt das hat nix also ich muss ja eigentlich nur angst haben vor den magiern wer traut sich ins feuer einzugehen nachkommen schon seit langweilig da gibt es die version mit den resistenzen voll weit entfernt eigentlich nur jemanden jetzt sich hier um die fernkämpfer kümmert die magier 51 angreifst 51 magie angriff kohle ja jetzt hat man wieder zu langsam gerade warte muss sie reicht aber noch nicht cool problem ist sie hätte aber auch nicht so viel magia komische strategie ja gerade aber zwar jetzt ist egal so rettung brauche ich nicht mehr man kann ich ja noch machen schweigen wir natürlich gut in die situation das war erst mal ja ich würde am liebsten sehen wie weit ihr erwartet war die idioten ja diese nobs war natürlich wieder zu weit wo ist hier da deswegen wird sie die ganze zeit gekretet das funktioniert aber hat der was aber ja war ja nicht gesehen ja also genauso habe ich mir gerade vorstelle sie können wir auch dahin packen und da sind nur zwei fernkämpfer so und dann sind jetzt noch gleich die dings ja übrig die handkämpfer die kann sie erledigen ja gut hat schon was geschah oder nehmen 76 prozent der wird da nicht ja ich komme da gar nicht vorbei ja ich greife ich mit ihr an obwohl dass du sie kaputt ich bin über den post da oben mit dem kristall ja ich wollte auch ich wollte den tippen hier mit dem sonnenbogen erledigen aber man kann es aber ich kann diese verleihe das habe ich immer so ein zwei schritte irgendwie zurückgehen mit dem ich das treffe dann habe ich den ja hatte ich bleibe wo aber schon eine balken von dem erledigt es hat immer mehr fähigkeit bekommt sie so ja ich mir schon gedacht das macht menge schaden gegen den wir im sonnenbogen glück 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 das gibt es jetzt nicht warum nicht ich sehe gerade schon wieder sehr unschönes fluch der lehre also die datei ist die werden jetzt die ganze zeit bauen okay aber das sind nur ja im moment mal ich kann jemand hatten wir im tüter dabei nur hier aber okay dann machen wir die platt da müssen wir uns gegen die dachen halt kümmern jetzt ausschaut die starkzeiten jahre 646 652 wir gehen einfach um ja die werden jetzt die ganze zeit kommen das war klar er war kriegt dadurch auch gold es hat gold bekommen aber mein gott ich könnte mir unendlich geld hier fahren da seid ihr immer noch nicht hier kollegen ein gott dann brauchten hier 46 46 ich soll bestimmt du hin 31 könnte aber doppeln das ist ein remix von hier bereiten zusammen glaube ich das ist thema abspielt abgespielt wird wenn man irgendwie wenn man neuen gefährten in der schlacht anspricht es dann anschließen kann gibt es ja in dem spiel nicht so direkt aber wie man normalerweise ich meine kriegt man ja jedes mal irgendwie ein charakter hinterher geworfen der nachdem man im kapitel abgeschossen hat oder vor allem kapitel geworden bei den älteren feiern spiele sind so meistens meistens sind die sind einige verbündete noch gegner in der gegnerarmee sind und die muss man damit einen bestimmten charakter ansprechen damit die sich ein anschließen dann haben die immer so eine kleine unterhaltung so wart war das ist gar nicht böse und während dieser unterhaltung spielt immer dieses wir reiten zusammen liebt was so im winter und hins Emirate sehr bekannt thema was schon lange dabei ist so jetzt muss ich noch irgendwie hier reingehen und euch alle erledigen kein dinge ja was der breite da hat es jetzt nicht so drauf gehabt ich meine eigentlich schon aber schlimmeres 23 war den hier ok weil die dache werden jetzt natürlich voll dämlich sein und nervig aber es ist okay da ist egal du bist noch der live vielleicht mit einer jahr lehning aber auch von unterlebt fliege noch ein alter da kommt ja mehr kipp chancen wenn er hier wenn er hier unterlevelte waffen einsetzt also feuer und also was na du hast ihn wie am tüter perfekt hast du nicht mit panzerbrechen habe ich meine ganzen standard sachen nicht ja naja ländler mitsch und noch mal bitte aber aber habe ich denn vorher hat sie noch keine so viele sachen die mehr fehlen gegnern die mir keine erfahrung geben kann animation entscheiden also sagen ich dich in die neue kollege und kreot und kreot ich möchte auch noch taugen kriegen oder dann wir gehen hier die einheiten aus du musst mal ja noch jemanden erledigen verständlich wie alfred immer noch hinterher hängt der hängt irgendwie andauernd hinterher ich weiß nicht wieso den habe ich am allerersten bekommen von all meinen lords er schafft es trotzdem irgendwie die ganze hinterher zwingen stehe nicht naja okay die sparen ja jetzt die ganze zeit aber ist kein ding 45 45 24 immer dem bm töter bitte war sowieso nur dem bau mit kaget so aber die dapakote sind wir da ein prozent wahrscheinlichkeit daneben zu hauen das ist was wir uns hier durch pirschen irgendwie nähe was wir die ganze zeit hier diese leute hier kaputt schauen aber es ist ein ding nein es ist nicht das ist kein ding das nimm das verdammte sätzchen boden reinpacken können da geht auf den mit dem bürger los das ist eine waffe die effektiv gegen mich ist das war angreifen naja geht noch ein bisschen pause zwischen den supports zwischen den dings könnt ihr ruhig machen so ein bisschen wenn wir sind flieger ja voll nutzlos naja ich kann über nichts über fliegen muss er mauern hat sich jetzt nicht aus dass wenn hat irgendwie räume oder so weil da ist echter grund irgendwie warum fliegende einheiten normalerweise überpowert sind aber in dem spiel woch das ja niemanden zeigen hier er weiß die gleichen werte mann 45 angriffskraft 45 jetzt ein ganz klein bisschen muss man da aufpassen damit man ja nicht verreckt du brauchst ein bisschen mehr ansonsten ist das sobald eti und anna hier in der nähe sind dann sind die sowieso noch schneller kaputt von daher ja kein dinge so ja hi was geht habe ich sogar hoch ja jetzt haben sie jeden zog naja wir schauen machen die 18 da ist ja da kann ich kann mit zwei ganz mit zwei kloppen auf vorsicht wahrscheinlich ein tats kein bisschen hoch so jetzt warten bis ihr hier dann ist jetzt richtig und hier natürlich will ich mich aber erst mal um die leute die noch hier rumlaufen noch kümmern aber ich glaube die werden ich glaube sobald ich einen von den angreifen wird hier mag auch getriggert dann kann ich mich mit denen auch noch kloppen da war es ab 10 so den tenten frage zeit bis irgendwo war daneben auch ne pass auf müssen wir jeden zug jetzt kommen wir das voll nervig aber lieber marv raus so warte ich mir bis marv irgendwie zu mir kommt habe ich kann mich auch nicht in der nähe hinbewegen ja ich kann mich jetzt auch nichts mehr hinbewegen weil diese blöden wie ich hatte jetzt sehr wichtig ich kann mich ja kommen bewegen in dem blöden typen okay 46 schaden wenn du ihn doppelt dann machst du 46 das sind 15 45 schaden und hat aber machen wir das so sagen wir mal endlich meine leute hier auch wenn sie leute endlich mal hier jetzt kann die party starten hat man hat mich verdrückt ich darf nicht solche pflichtige fehler machen ich habe nicht mehr so viele dinger übrig da wird da habe ich nicht weg da muss man noch weniger schaden dann springt sofort ne da kommt jetzt mal auf mich los ja jetzt kommt er auf mich los ja so nervt und karten sind da gerade noch ein paar leute aufgetaucht zum nichts ja nun ja ich meine das mache ich hier alle platt so wer bitteschön trifft mich da toll dass noch eine nähe kohle wenn ich mich ja wohl da jetzt mal die wieder ja alle sind ich muss mich um die magier und die typen kümmern hat gibt es wieder nicht ja bitte kräftigen gibt es jetzt nicht natürlich warum dann auch nicht ihr könnt euch auf mich los oh my god is klar hm 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 ja ja da muss ich wohl anna benutzen zum heim gerne da musst du es da natürlich hier wieder überleben und da jetzt nicht überlebt hätte man hat hier natürlich wieder gegessen ich sage ich mich in jener und hier mit diesem blöden und drachen umschlagen und noch jetzt hier mit dem maria mal den machen aber ihr macht so viel schaden 53 schaden ein warum sind sie so viel stärker als ich hier 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 Okay. aber du hast zwei dinger ich sehe das war noch mal eine rettung hier wiederholen oh mein gott muss ja eine gute stäbe gerade nee da wird hier drauf ankommen ok ob das funktioniert ja dann muss ich auch noch mit einer hierhin mit hier hätte ich fragt probleme ist egal wo ich hingehe hat immer von zwei leuten hier getroffen leider okay anzeigen worte darauf hast einfach mal ja aber jetzt bist du klar man aber werde ich jetzt gedoppelt von dem blöden ding ist hier nein 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 sage ich gott aber sehr gut das ist immer noch ein magier sich gerade ich bin aber auch blöd ich habe mich eigentlich wieder zurückziehen können schon wieder ein an diese situation an ist immer gleich wenn ich habe den kampf unter kontrollern passiert so eine kacke gerade ich habe eigentlich hätte es ja gerade unter kontrolle so auf der bahn ist ja durchzukommen hat er kann darüber fliegen cool lustig wenn die blöden beiwanderer kann ich werden dann wird hier viel schläger er kommt dadurch aber du hast auch zwei balken besser wunderbar ich kriege ja echt gerade kopf ich kann irgendjemand abschießen ist bestimmt vollmächtig also genau wenn ich einsetze ist noch irgendwo so ein magier genau den er nämlich da jetzt kann ich habe ja alles in personen wegzudenken so hat mich das noch schaffen hat die alles wegzudenken ja 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 ich wollte schon sagen wir ja schon wieder um eine wenig reichen ich habe einen Töpfer zu mir ja man war ja auch im tüter sicher ja weniger trifft dann werden wir im tüter mann tanzen und sehe ich gerade das verfügbar so er ist gerade er wird von allen jahren gegriffen sein nicht 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 ich glaube ich da besser was ich kann machen kann okay naja mal los viel zu wenig kaffee wie abgezogen worden sind mal ein bisschen überspringen habe nichts dagegen naja hat aber nicht so gebracht jetzt wo ich das gar sehe zeigt man das überhaupt nicht gemacht gerade ja da habe ich dachte er macht ja abläuft jetzt ja abläuft wir haben wir überhaupt mit ihnen getanzt da ist mal voll reingeschlichen ja er ist tot warum bewegt sich in reichweite von hier aber mit dem silberbogen und schaden was ne okay ich finde irgendwie die werden irgendwie nützlicher gewesen in der nähe format aber wenn er auf links ausgeladen werden blöden drachen sind die ruinieren ja alles kann einfach darüber fliegen aber kacke gemacht ja ok folgendes mal abhauen geht's noch nicht mann ok mit ihm da war ich gar nicht so wie er redet ihr abläuft hat man kann die heilen hat und er protected ds kohle oh my god Okay. Ah, ich habe mich von dem. es geht so okay also b also ich konnte als bett hause nicht wieder weg so werde wird schon mal weggehauen schon bei den schnick bekommen hier ich bitte gehe nicht kaputt dadurch links punkte er kriegt da ich glaube wir müssen auch mal losgehen geht sich anders wenn diese dachen die werden nicht aufhören zu kommen die ganze zeit und dafür hat er ich hasse das hier so dagegen machen man der tippe sagen wir abgauern hinten so eine linke und die stehen jetzt natürlich so alle damit ich nicht mehrere von denen irgendwie boah ich habe gerade so viele mann war natürlich bist du in reichweite so was hier machen kann also hat er eine voll einfache lösung ja das ist nicht ob ich das schaffe aber und 2 3 4 5 2 3 4 und und nach 12 ja natürlich bist du wieder in reichweite sprung steckt fest ein ein reichweite ein ein ok werden wir die priorisieren ja ja ich könnte irgendwas schon hier mit reißen da war ich mit dem wurf bei so viel schaden weiß ich war mache ich überhaupt schaden weit und einfach machen aber es gibt ich weiß nicht warum du so viel schaden macht aber mach mal ich überlebe mit einer p gibt es jetzt nicht die 1 api sind mal auf meine seite ja jetzt weg okay so okay für meinen letzten träg noch nicht ich habe für meinen letzten track so einer zur rettung ja wir müssen das jetzt eigentlich überleben ja die situation ist eigentlich voll einfach zu entfernen zu entschärfen alles was ich machen muss ist jade da unten am eingang zu platzieren damit die brachten hier nicht mehr durchkommen dann haben wir sozusagen alles abgehalten hier von sporn ja und hier geht auch die leute hier los oh wow best case scenario radio so best case scenario so aber wir haben es jetzt hier ja 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 Ja. Okay. Suck. Ah. 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 ich habe keiner dran okay cool ja wenn er alle treffen 15 da war nicht sehr gut so solange wir ihnen jetzt hier festhalten die ganze zeit ist eigentlich alles okay aber ja damit war wahrscheinlich schon tot sein aber wenn er trotzdem ja schon mal im weg passieren man fährt sich aber in die beiden jetzt ihn natürlich treffen dass ich nicht glaube sagen wir können jetzt einfach auf ihn aufgehen sag ich ist hier er wird also ich brauche aber so viel schaden macht aber okay das ist auch nicht so viel schaden war naja mit dem messer hätte ich vielleicht eher lang sein das war beinahe ach so wie langsamer ist schicklichkeit 15 ich glaube ich bin so ich bin wir haben uns beide ein wir haben nicht funktioniert stimmt er hat ja so eine blöde wer denkt du bist cool ich habe den jahr okay das wird nicht von allen getroffenen dann wird ja schon so gut erledigt ja du stehst da genau gut ist eigentlich nur jade da im packen ja dann haben wir ja alles erledigt das ist auch die ganze an die person über sprich so wenn du mal den ersten holst ja das passiert wenn man einen post nicht der waffe mit zwei reichweite gibt es war ein sehr gutes level ab und jetzt die ganze zeit hier mal helfen aber ich habe schon wieder dingsvoll sich gerade ich bin dabei ja genau wie ich das vorgesehen so jetzt können wir eigentlich hier nur noch mit ihm hier blockieren nicht mit ihm und wir gehen natürlich am ende noch mal mit ihm auf ihn los mal erstmal tun wir ja noch zwei züge zu stellen ich darf mal jetzt noch schön dann ist das auch für die animation zu versprennen dann hast du im dialog mit ihm naja ist ein bisschen merkt weil ich bin jetzt im dialog hätten schon die ganze zeit der seite an seite kämpfen also was mir mein zweiter machen wir den hier um sicher zu gehen los geht's ja 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 wird das schwert verloren servit haben wir haben es im sack alles klar es hat uns nur ein zwei rettungen kostet natürlich war einmal da rein da brauche ich eigentlich jetzt gar nicht mehr absperren wir mit jade ist auch uns gemein gehen zu zwei von denen hätte ich nicht als eigentlich nicht fände ich das war einmal tanzen ja man sagt man kriegt das support man erreicht dann hat man einmal für fahrpunkte und so ne hat man ja ich glaube ich habe dann das bringt naja war halt ist kurz vor level 10 natürlich bei den einmal der helden könnte ich meine damen und herren ich meine wir müssen natürlich mit unseren aufkonten erledigen denn ja ja ich den einlösen können ja also noch alle neben jahre 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 ich muss halt immer nachstecken einfach nur ich mal durcheinander kommen wenn man irgendwie ja ganz seitdem zeigt ist allein setzen so oder mit den auftrag und hauen den heldenkönig platz weißerlich nicht alle tun und so eingesammelt na da mal rein da schon beinahe wieder es gibt ich habe mich super duper stark alter ich habe mich nur gefragt wie du dich gerade fühlst vor fahrer gegen nachfahre okay danke leute aber ich habe es voll im griff danke leute seid die besten von euch werde ich nie so weit gekommen aber das war es ja mann und war ja okay der heldenkönig okay das war natürlich wieder gegen ende ein bisschen nervig aber nichts was ich nicht auch erledigen könnte ich kann auch kanzlerkotter ich kann auch kanzlerkotter ich bin doch tatsächlich schon die ticke die bei uns ist das kleine grüne mädchen sind denn der niedernehmann ist kassarität an der japanischen version sagt ja nicht schon aber in der englischen sagt sie immer machen dass ich glaube ich auch mal genannt in der japanischen version nachdem sie erwachsen wurde beim awakening so aus versehen weil sie bei robin sich sie an immer verändert hatte glaube ich ich habe gesehen wie meine freunde euch voll eingefressigen geben aber bevor ich überhaupt zuschlagen konnte das sind wahre freunde verprügeln andere leute zusammen nur wahre freunde über verprügeln andere leute zusammen das war ja und so lange sagen können sie aber aber mal aufhören hier mit diesen unendlichen verstärkungsgruppen keinen erfahrungspunkte geben das hat aller stimmst du naja muss jetzt nicht immer sein muss jetzt nicht unbedingt ein trend sein ja na guck mal hier so genau dieses erkunden ja nach den kämpfen hat irgendwie auch schon vor weil nicht bevor 20 kapitel neu so irgendwie seinen reiz verloren oder es ist auch einfach jetzt nur zeitverschwendung deswegen bin ich meiner meinung wenn sowas hier irgendwie ausgelassen würde ich meine das muss ja alles programmiert werden hier hat man hier so rumlaufen kann und somit also kostet ja auch zeit und geld zu programmieren wenn man das ja ist ausgelassen hätte man viel mehr kapitel zum spielen ja viel mehr charaktere mit dem man spielen kann oder irgendwie worten so stelle ich mir immer vor was schlecht so nach der letzte schlapp auf fürchterlich du warst der mvp da willst du eigentlich warum machen warum sind machen macht warum macht er immer pause in seinen sitzen ich habe heute so viele gegner besiegt tut er immer so zögernd reden oder so ich verstehe nicht dann macht er auch bei den ganzen supports mal wenn er am red ist da tut er immer irgendwie weil ich so pausen machen so punkt punkt heute war ich punkt punkt was essen punkt punkt hat mir voll geschmeckt wo punkt glaube ich eigentlich mit euch schon geredet ja ja so habe ich gar nicht angesprochen ich verwende die man jetzt erstmal pause habe ich gerade für wenn wir gesagt einsatz in vier winde ja es war warum fällt mir jetzt erst ein natürlich die ganze zeit sagen können ja jetzt mal wenn ich meine vier winde platzieren das wird der zeit für einsatz in vier winde da habe ich so viele abonnenten dazu bekommen wenn ich den gebracht hätte ok keine theorie ok dann bräuchten wir wieder auf zum somnie noch irgendwelche unterstützungsgespräche freigeschaltet habe ich habe definitiv noch ein paar band gespräche dann glaube ich nicht so viel 1 2 3 4 5 6 7 wenn jemand war level 9 mit irgendjemand ich weiß noch nicht mehr mal direkt hier will so ich bin gar keine unterstützung punkt hier mehr gibt's nicht erst mal den alten boden abschicken pfanzer breicher meister lancer ritter tod rührkuchen bitterklinge dafür sachen die bitterklinge ist definitiv hier wollte schon sagen ich habe schon normal als schwert ne aber das ist in einem rührkuchen da habe ich für jede waffe irgendwie so irgendwas preuß der rührkuchen irgendwie sie ist eine schrift wie sie als item verwendet verschwärt sich stellt kapitel am ende dass wir daher schon so ein bisschen sehen wieder aussieht so im kampf aber ich kann es mir nicht leisten gegner sind zu krass gerade und ich bin schon soweit haben wir importiert noch mal ich bin jetzt nämlich immer vergessen am ende ja meine ganzen erfolge hier abzuchecken und stream sie möchte jetzt mal auskriegen mein gott ich vergesse jedes mal da wir gehen zu mein zimmer und eine neue mit jemand egal noch ich ausgehen es ist doch egal man so buren gespräche wir haben einmal ja mal mal müsste alfredo mit sie gott deine schwester ist ein idiot okay dann war und diamant da sind ja eigentlich mehr oder weniger die kennen leute die beiden sollen ja eigentlich kennen sein man ist jetzt überhaupt die eine szene aus dem intro passiert weil sich immer noch nicht die szene wo wir irgendwie alle charaktere gesehen haben die sind mit eic lusina und so rumgelaufen naja einfach ist da für lucina umgelaufen da war irgendwie so kennen glaube ich live und zerkopf dann ist die szene überhaupt passiert war in der vergangenheit oder die zukunft irgendwie wurde dann immer noch nicht geklärt diese ganze animierte katze immer ganz ganz am anfang gesehen haben mein hauptcharakter und mal auf die tür aufgemacht haben dann war der sombran den namen war erledigt ich verstehe man euch genau was da passiert ist erika und rosa kann ich auch ist doch nicht gut ich stelle mir einfach noch vor wir ja jedes mal irgendwie anfängt zu zeichnen ok alles klappt dann sind einfach das ist strich mensch ich war das ist ja das ist ja mit leiter oder so ne das wissen die leute in mir von kunst jade und ike will sehen jemand hat ihr gesicht eingefroren nein das ist mein normales gesicht ich habe die ganze zeit gedacht an heißen die kennen mit michael aber nicht geht da gar nicht anders an neben charakter was er neben ist jetzt mit jürnacher verwechselt die damen karte haben mit mitte aufgetaucht falscheatos sondern abominente und sie mentale naja ich bin ein koch versteht ihr ich habe was mit essen zu tun dementsprechend muss ich alles essen versteht ihr es noch etwas geschlafen noch etwas geriebener weich geht es ja jetzt mal will ich die animation von dem sehe wenn er seine hand ausstreckt naja das war es dann in dieser folge in der nächsten folge werden wir dann die nächste wahrscheinlich letzte leben quest machen ich weiß nicht ob es nur einige nebenquests kommen oder so wir sind ja relativ am ende des spiels naja wir gucken uns die nächste nebenquests würde ich mal raten ist die nebenquests von meinen hauptcharakter weil er jetzt auch ein emblem ist deswegen kriegt da schon irgendwie so eine emblemquests oder so ich weiß nicht keine ahnung aber wir ja schon alle charakter auf level 20 bringen können von daher weiß ich nicht wie das funktionieren würde aber wenn wir ja sehen ja vielleicht gehen wir noch mal ein emblem ich weiß nicht oder würde ich jetzt irgendwie nicht raten wir haben keinen platz mehr in unserem in unserer ringkammer und naja aber das war es dann für diese folge ist folge jetzt noch weiter mit dem wahrscheinlich letzten nebenquests weil sie nicht und dann ist noch die story übrig aber solange ist das nicht mehr so ich glaube da wird noch weniger als 20 partner sein ungefähr keine ahnung mal schauen jedenfalls bedanke ich mich alle herzlich fürs zuschauen ich habe euch hat aber wenn da das bitte ein like ein abo oder ein kommentar das würde nämlich den kanal sehr weiterhelfen zu wachsen und gesichtet zu werden auf youtube und damit leute draufklicken und also macht das ne sonst hau ich euch und ja ich sehe euch da in der nächsten folge da tschüss wer freppp werória